Das aktuelle Brückenprojekt ist die Maßnahme hier in Duisburg, die OBKL Duisburg, die bestehend ist aus zwei Überbauten. Einmal die Hafenkanalbrücke als Netzwerkbogenbrücke und dann auch die Ruhrbrücke als Netzwerkbogenbrücke. Die Ruhrbrücke ist ein Stück länger mit einer Spannweite von 140 Metern mit ca. 4500 Tonnen und die Hafenkanalbrücke mit einem Gewicht von ca. 3500 Tonnen. Die Firma Klöckner war eigentlich von Anfang an mit dabei. Wir haben in der Kalkulationsphase gemeinsam gearbeitet, wir haben Konzepte entwickelt und wir haben dieses Projekt dann auch gemeinsam gewonnen. Max Bögl ist insoweit für uns ein interessanter Partner, da er sich in der in den letzten Jahren von einem klassischen Bauunternehmen zu einem hoch innovativen Stahl-, Metall- und Anlagenbauer entwickelt hat. Die machen morgen ein Projekt, das sie heute nicht gekannt haben, was man eben als Leuchtturmprojekt bezeichnen kann und dadurch ist immer wieder unsere Flexibilität gefragt. Wir brauchen einen starken Partner wie die Firma Klöckner, um unserem anspruchsvoll getakteten Plan überhaupt gerecht zu werden. Es muss alles absolut Hand in Hand gehen und nur wenn wir jedes Einzelbauteil rechtzeitig in die Produktion bekommen und dafür das Material zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Güte vor Ort haben, nur dann kann es funktionieren. Das macht mit Klöckner wirklich Spaß und es funktioniert hervorragend. Wir haben natürlich die Möglichkeit durch unsere Anarbeitungszentren, das heißt die Brennbetriebe in Bremen oder Kassel oder unsere Laser- und Freestyle-Bearbeitungszentren in Felden sowie auch in Regensburg, die nächsten Anarbeitungsschritte koordiniert über die Materialbeschaffung und termingerechte Belieferung vor Ort zu realisieren. Wir arbeiten seit einigen Jahren mit angearbeiteten Bauteilen von Klöckner und es erhöht einfach unsere Kapazität und wir haben in den Jahren auch festgestellt, dass es eine gute wirtschaftliche Lösung ist und wir zu einem qualitativ hochwertigen Produkt kommen. Wichtig ist, dass wir da einen sehr kompetenten und zuverlässigen Partner haben, der auf unsere Wünsche eingeht, der sich nicht nur oberflächlich mit den Bestellungen befasst, sondern sich auch bei uns erkundigt über die Maßnahme und auch vor allem die Flexibilität des Unternehmens, dass man zwischendrin auch mal was ändert, wie es halt auch so in der Praxis durchaus üblich ist. Für uns ist die Zusammenarbeit mit Herrn Bauer und mit seinem Team ganz hervorragend. Es macht wirklich Spaß, es funktioniert, es greift ineinander. Wer unsere Branche kennt, der weiß auch, dass es immer wieder zu Unterbrechungen und Störungen kommt, auf die man flexibel reagieren muss. Wir müssen darauf flexibel reagieren, wir müssen aber auch genau das gleiche von unseren Partnern erwarten können. Und solche Partner haben wir mit Klöckner gefunden, solche Partner haben wir mit dem Team von Herrn Bauer gefunden. Darüber sind wir sehr glücklich, damit sind wir sehr zufrieden und wir erhoffen uns, dass wir mit diesem Spirit wirklich auch gemeinsam in die Zukunft gehen können und viele, schöne neue Projekte angehen können. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR